Das heißt, die Raffila hat ein Schiff aussehen. Ja, das ist das Abitur. Und was geht's da? Das sind so leeren, du hast so Sticker, die druckst du auch auf. Das Gesicht kannst du auch aussuchen. Und was hast du auch? Sie kann sich dann spielen. Sie zusammenstecken und spielen. Und wenn sie wirklich wieder andere draus macht. Aber die Raffila kann es nicht, weil... Mama, kann ich sein? Oh! So, halt es. Kann ich sein geben? Kann ich sein geben? Oh, nicht aufgeben. Kann ich sein geben? Man führe das Papier in die Einführung rein. Dann drücke man drauf. Schau doch, ob das richtig ist. Kann ich nicht? Ja, nur so rein. Man nennt es Monsterlabor. Du hast mich geschubst. Du schubst mich. Dann drückt man es. Dann drückt Mond und drüber führt Wasser hinzu. Dass sich das löst. Mama, das sind Tattoos. Tattoos. Und das kann nur mit Wasser spielen. Kein Wasser spielen, das ist ein Bupfen. Ja. Ich kann es selber Bupfen finden. Mich aus dem Wasser. Schauen wir, ob schon geht. Ja. Und dann hat sich das gelöst auf diese Figur. Nicht das nächste. Schau. 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 Sie hat sich das gelöst. Schau. 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 Ja, das ist genau da. Schau. Schau.